Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. So, Teil 2 der Krita-Reihe. Heute schauen wir uns mal im Detail den Generate-Bereich an. Den habe ich ja im letzten Video, wo es um die Installation ging, schon ein bisschen geteasert. Beziehungsweise wir haben uns ein Bild generieren lassen, aber diese Area kann noch viel, viel, viel mehr, um Bilder bearbeiten zu können. Und wir steigen mal ein mit, ich versuche jetzt mal eben ein vernünftiges Bild zu finden, mit dem wir arbeiten können. Ich sage mal, a woman in a white dress walking on the beach at sunset. Und habe Epic Realism SDXL in Benutzung. Und ich sage jetzt mal Generate. Und das kann jetzt ein bisschen dauern, ich versuche mal ein paar Varianten. So, und wir nehmen jetzt das. Es hat ein bisschen gedauert, obwohl das hier ist ein bisschen übertrieben. Ist egal jetzt für den Anwendungszweck. So, wir nehmen das. Wir sagen einmal Apply, damit haben wir das übernommen. Und jetzt können wir einmal hier Clear History machen, mit Rechtsklick hier rein. Und das Bild verwenden hier nur. Ich habe noch Frontshot Horizontal, sollte das heißen. Horizontal Alignment, Looking at the Camera. Es hat ein bisschen verstanden. So, ne, das ist jetzt einfach die Bildgenerierung. Ganz einfach, straight forward und geguckt, was aus dem Model rauskommt. So, jetzt sehen wir, die Dame hat, ja. Das Gesicht ist verbesserungswürdig. Sagen wir mal so. So, was wir jetzt machen können, ist, wir nehmen einmal die Freehand Selection hier und wählen zum Beispiel einmal nur das Gesicht und die Haare aus. Zeichnen da drumherum. Ist vielleicht ein bisschen groß geworden. Lass mich das nochmal ein bisschen präziser machen. So, ein bisschen sauberer. So. Jetzt sehen wir, wenn wir ganz genau hingucken, dass sich mit unserer Maske hier auf der rechten Seite etwas geändert hat. Jetzt steht hier nicht mehr Generate, jetzt steht hier Filled. So, und wir kriegen dieses Drop-On hier, wo wir sagen können, Default, das ist ein Auto-Detect. Wir haben Fill, Expand, Add Content, Remove Content, Replace Background und Generate Custom. Generate Custom werde ich nicht machen. Hier hat man ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten für bestimmte Selections. Was genau die jetzt machen, weiß ich nicht. Was aber interessant ist, ist bei Auto-Detect natürlich, da versucht Krita Diffusion zu erraten, was wir machen wollen. Wir können aber auch gezielt eins dieser Dinge hier auswählen. Aber wir bleiben jetzt erstmal auf dem Auto-Detect und jetzt ändere ich den Prompt und sage The Face of a Beautiful Blonde Woman und sage mal Fill. Und jetzt haben wir hier ein paar Auswahlmöglichkeiten gekriegt. Entweder das oder das. Das ist schon mal nichts. Das können wir diskaden. Wir könnten auch hingehen und an der Stelle einmal das Model wechseln. Zum Beispiel mal gucken, was Jibmix Realistic macht. Jetzt wird in Hymn das Model geladen. Wir müssen hier auch kein Top-Bild gerade machen. Ich zeige euch nur die technischen Möglichkeiten mehr oder weniger. und werde das nicht hier rumhantieren, bis wir ein perfektes Bild haben. So, das macht Jibmix. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Sagen wir mal Apply. So, und jetzt sehen wir hier in unseren Layers, ich kann mal hier unter Select, Deselect sagen, Wir haben ein bisschen hier drumherum Scheinen. Man sieht es. Aber auch da kommen wir gleich noch zu. Wir haben hier einmal, können wir an und aus machen, die alte Variante, die neue Variante. Und das sieht ja schon besser aus. So, was ich jetzt noch machen möchte, ist, wir gehen zum Beispiel mal hier hinten hin und nehmen wieder das Freehand Selection Tool. und ich wähle mal hier hinten einfach so ein Stück Meer aus und ein Stück Himmel und sage A boat in front of an island in the distance Blurry Blurry wird nichts bringen, das weiß ich noch in den Style Hier Blurry ist ein negative Wort in den Styles Wir machen es so. Wir nehmen erst mal nicht Fill, sondern nehmen mal gezielt Add Content und gucken mal, was passiert. Bleiben wir bei Jibmix Realistic Ne, ich wechsle wieder auf Epic Realism und sage mal Add Content So, oh, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, oder? Wir können uns nochmal eins machen Das ist ein bisschen halluziniert Das heißt ein bisschen, das ist ganz schön halluziniert hier mit diesen angedeuteten Segelbooten, die nicht ganz rauskamen Hier haben wir jetzt ein Island, aber das Boot fehlt Wir nehmen das trotzdem mal Es reicht einfach Für uns Ja, und damit haben wir schon zwei Dinge abgedeckt Wir haben einmal unser Gesicht ausgetauscht und gefüllt und wir haben hier hinten Content hinzugefügt Was wir jetzt auch noch machen können, ist wenn wir zum Beispiel hier einfach nur, also nicht selektieren, gar nichts sondern die Stärke runterdrehen Dann sehen wir schon, dass sich das Generate hier auf ein Refine ändert Und was wir hier machen, ist mehr oder weniger ein Second Pass Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen Ich möchte jetzt einmal mit 27% ein Refinement durchführen Dann wird das gesamte Bild genommen Also alles das, was gerade visible ist Also alle Layer, die aktiviert sind Und nochmal einen Second Pass Denoising machen So, und auch da sage ich Apply Wir gucken nochmal in die Layers Jetzt haben wir hier alles Was wir vorher generiert haben Ich kann jetzt zum Beispiel die beiden Das hier war das Gesicht Das hier war das Boot Kann ich, oder hier hinten die Insel jetzt Kann ich mal ausblenden Und wir können jetzt hin und her schalten Zwischen unserem Originalbild Und dem Bild, was wir gerade noch erzeugt haben Und das ist eigentlich schon ein guter Ausgangspunkt Um dann nochmal weiter an dem Bild arbeiten zu können Es gibt allerdings auch noch eine weitere Sache Und zwar gehe ich da mal eben hier hin Auf Pexels Wir sagen mal eben Open in New Tab Ich sage einmal Bild kopieren Ich möchte ein neues Bild erstellen Und zwar from Clipboard Ne, ich mache Custom Wir bleiben bei 1024x1024 Sage Steuerung V Und sage, ich möchte mir das einmal aus dem Netz so runterladen Und jetzt gehe ich nämlich hin und sage Ich möchte es einmal mit Steuerung T Habe ich den Layer nicht selektiert? Doch, habe ich Ähm Wieso macht er das nicht? Hat er gemacht? Achso, ähm, ja Die Borders sind draus Shift klicken Und das Ganze einmal klein ziehen Hier in unsere Canvas rein Irgendwie so Und wieder mit Shift groß ziehen Dass es reinpasst So Rechtsklick Apply Ich kann jetzt nämlich hingehen und sagen Ich möchte hier einmal zum Beispiel Diese Bilder Selektieren Und dann nicht Add Content Sondern Remove Content Und schreibe hier in den Prompt A Plain White Wall Und klicke Remove Content Und Das hat besser funktioniert als gedacht Ähm, ich deselektiere mal Wir haben die Bilder hier oben einfach entfernt Und jetzt kann ich auch wieder hingehen und sagen Ich möchte hier zum Beispiel Ein großes Gemälde haben Ähm, und sage jetzt mal Framed Oil Painting Ähm Of Äh An Image Showing A Mountain Landscape Und jetzt müssen wir natürlich nicht mehr Remove Content Sondern wieder sagen Add Content Das ist nicht besonders schön geworden Das könnten wir jetzt nochmal machen Aber wir können ja Ähm Ne Ihr könnt ja so oft versuchen wie ihr wollt Prinzipiell glaube ich Versteht ihr was ihr damit machen könnt Wir haben jetzt aus dem Bild Ähm Aus dem Bild hier haben wir jetzt das erzeugt Er hat hier noch eine Lampe hingepackt Das hätte nicht sein müssen Ähm Da muss man dann ein paar mal drüber gehen Aber ähm Prinzipiell denke ich Ist es klar was ich damit ausdrucken wollte So Wir haben das Refine gemacht Nehmen nochmal eben eine Maske Um zu gucken Es gibt nämlich noch Expand Und für Expand Werde ich uns eben mal ein neues Bild machen Weil das finde ich nicht besonders schön hier Äh 1024x1024 Ich möchte jetzt mal wieder Albedo Base haben Und zurück Auf unser Watercolor Painting Of Äh Female Assassin Bearing Äh Dark Rot Generate Ich habe mich verschrieben Sehe ich gerade Äh Female Aber er solltet es trotzdem raffen Ja Äh Da machen wir mal Apply Und was ich jetzt nämlich machen kann ist Ich wollte ja euch das Expand zeigen Ich gehe auf Image Sage Resize Canvas Und sage ich möchte in der Breite mal Von 1024 auf 1400 gehen So Und jetzt können wir nämlich mit dem Rectangle Selection Tool Einmal die Seite markieren Und Shift gedrückt halten Die Seite markieren So Und jetzt kann ich hier sagen Auf Expand Das ist nämlich nichts anderes Als ein Outpainting Äh Watercolor Painting Wir haben jetzt nicht mehr hier Äh Irgendwelche eindeutigen Geschichten im Hintergrund Deswegen versuche ich es mal damit Sage Expand Und wir kriegen auch dafür Vorschläge Die allerdings Achso hat er es gemacht Ja Das ist natürlich Ähm Äh Unerwartet Aber er hat das Das Gemälde hier einfach geframed Irgendwie Das sieht jetzt aus wie als würde es an einer Wand hängen Ähm Auf jeden Fall seht ihr Ihr könnt damit Outpaintings machen Ich meine ich kann es ja auch nochmal mit dem hier Ähm Versuchen einmal Resize Canvas Äh Sagen wir mal 1300 So Ich nehme wieder das Rectangle Tool Wähle die Variante aus Und die Variante Und sage jetzt Ähm Da sind wir noch bei Epic Realism Genau A Beach Scene At Sunset Und sage Expand Und somit könnt ihr dann Outpaintings machen Genau Während der lädt Gucke ich nochmal hier rein Replace Background ist im Prinzip nichts anderes Als dass er die Maske nochmal invertiert Also ne Würden wir jetzt Ähm Die Frau mit einer Maske auswählen Komplett Und dann Replace Background machen Wäre das dasselbe Als würden wir sagen Wir nehmen die Maske Und machen ein Oh das ist ja wunderschön geworden Das ignorieren wir mal Ähm Nein Das wollen wir nicht haben Ihr habt den Sinn verstanden Ähm Vom Outpaint Ähm Also Remove Background wäre einfach nur Ein invertieren der Maske Sodass dann nicht mehr unsere Frau hier selektiert wäre Sondern nur noch der Background Und nicht mehr unsere Frau Und dadurch Ähm Würde der Hintergrund Einmal ausgetauscht werden Ich mach mal Steuerung Z So Ich kann es ja einmal kurz zeigen Dann nehmen wir nochmal eben unser AI Tool Äh Guck mal Er hat sie sogar Er hat sie sogar perfekt auf Anhieb erkannt Jetzt sagen wir mal Replace Background Und sagen äh Cyber Ups Mann Cyberpunk City Sagen Replace Background Wählen das einmal aus Und ähm Habe ich irgendwas falsch gemacht Ich glaube nicht Es ist einfach Einfach nur mistig Ähm Wir nehmen nochmal Jibmix Aber das Prinzip habt ihr glaube ich Verstanden So Was hat er jetzt gemacht Ähm Auch das ist eher unschön geworden Eigentlich sind die Resultate ein bisschen besser Ich weiß nicht ob er da gerade irgendwo im Hintergrund ein bisschen durcheinander gekommen ist Oder so Ähm Aber technisch gesehen So Es sollte so alles funktionieren So Was es hier noch weiterhin gibt Und das gibt es nicht nur hier im Äh Generate Bereich Sondern auch In anderen Bereichen Ähm Wir können hier noch Control Netze hinzufügen Die wir brauchen Ähm Dafür mache ich aber ein eigenes Video Um euch das nochmal ein bisschen detaillierter zu zeigen Und wir können Regions hinzufügen Aber auch das kommt in einem separaten Video daher Deswegen Für jetzt nicht Ähm Das könnt ihr auf jeden Fall im Generate Bereich machen Also ein Bild generieren mit einem Prompt und einem Negative Prompt Ihr könnt sobald ihr eine Selection anwendet hier weitere Optionen auswählen Was ihr damit machen müsst Auch da wird der Prompt hinzugezogen Und wenn ihr hier Die Stärke runterdreht Und das geht übrigens auch für Selections Ja Ich könnte jetzt auch hingehen und einfach sagen Ich nehme den nochmal weg den Layer Und ähm Ich wähle nochmal eben das Gesicht Unserer Frau Oder unsere gesamte Frau aus Und sage jetzt Ich möchte nochmal mit einem 50% Denoising da drüber gehen Dann funktioniert das auch in einer ähm Maskierten Area Also er nimmt dann nicht das ganze Bild Sondern nur unsere Mask Ist er schon fertig Er ist schon fertig So Ne Wir sind da einfach mal mit einem Denoising einfach nur über die Frau gegangen Die wähle ich jetzt auch mal aus Mache Deselect Und ähm Es hat tatsächlich was verbessert Sogar ein Muttermal hier Das ist das Wenn man hier die Stärke runterdreht Da geht er automatisch in einen Refine Modus Wenn man eine Maske anwählt Kriegt er die automatischen Oder die Ausfallmöglichkeiten Was ihr innerhalb der Maske machen möchtet Also füllen Hinzufügen Entfernen Etc Und Es ist schon sehr mächtig Was man mit diesem simplen UI Alles machen kann Gut Dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Video wieder Ich weiß noch nicht was ich dann mache Wahrscheinlich gehen wir erstmal jetzt hier die Ähm Varianten durch Und Ja Ich hoffe wir sehen uns wieder Habt auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Generate Bereich hier Konkreter Diffusion Bis zum nächsten Mal Macht es gut Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Seit